Willkommen Leute, zurück bei Minecraft The Drifter, zusammen mit Nephi, hast du einen Kundran? Hallo! Hallihallo, Gorobein. Hallihallo. Was will der Kundran hier? Ich über... ja, ich will mir grad einen Zauberstab machen. Au! Okay, du willst gleich hier den krassen Shit machen. Ja, ich dachte mit... du hast gesagt, damit soll man anfangen. Ja, wär ganz vernünftig. Theoretisch könntest du das Buch gar nicht haben ohne Zauberstab, deswegen, der Zauberstab ist eigentlich der Anfang. Ja, siehste? So... Ja, letztes Mal... Ich hab hier sogar noch einen Towncraft-Stick drin, den kannst du benutzen. Ist das ein Town-Craft-Stick gewesen? Äh, ein Redwood-Stick hier, unten rechts in der Kiste. Schon fertig, die Towncraft, die Rock dafür, unten rechts. Die hast du schon? Ne, aber steht, hä, wenn ich in das Buch reinklicke, auf Basic One Craft, hab ich einen Stick und zwei Iron Caps. Ach so, ja, das ist der erste, der allererste Zauberstab. Ja. Den kannst du dir auch machen. Ja, den fangen wir hier von vorne an. Aber den brauchst du ja theoretisch nicht, weil ich ja schon den Rest hab, womit du den nächsten machen könntest. Na gut, okay, dann nehmen wir ihn an. Das heißt, ich brauch jetzt den hier, den Greatwood. Äh, den kannst du nehmen, das ist der, das ist einer der kleineren, die haben 50 Wiss. Mehr brauchst du am Anfang, also Wiss ist so die Magie-Energie, die du brauchst. Hier meiner zum Beispiel, wenn du nämlich zauberst später und dir diese, ähm, Aufsätze machst für die, äh, warte, ich nehm mal grad einen hier, sowas hier, das Hole oder so. Die verbrauchen nämlich Wiss. Ich hab jetzt einen mit 250. Okay. Und weniger Wiss verbraucht. Das heißt, der Zauber hat jetzt 0,45 verbraucht. Wahrscheinlich, wenn du's benutzen würdest, wär dein Zauberstab direkt leer. So nach einmal, weißt du? Ich hab hier übrigens schon die Fokis fertig hier. Damit könnte ich Kundran abfackeln. Nein, tu's nicht. Du solltest sie töten. Das ging aber jetzt, wo sind die? Die ist schon weg. Muss ich erstmal was essen. Bitte was? Ich hab eine Armbrust. Sugo, du wolltest eben nochmal das Thema von der letzten Folge aufgreifen. Wollte ich das? Ja. Du warst schon im Begriff. Okay, ich hab irgendwie einen Yeti hier bei mir raus, aber ist jetzt auch egal. Bei dir im Haus? Ach, da ist er. Den hab ich gerade runtergekommen. What the fuck, man? Ne, vertrollt uns. Ne, gut, da geht jetzt gleich 26. Da bist du ja. Schlawiner, du. Ja, an deiner Stelle will ich aber auch schnell laufen jetzt. Ach ja, bevor wir irgendwas anderes anfangen, da wir das gestern nicht angesprochen haben in der Folge, ich hab mich übrigens um Witchery, äh, um hier das Wehrwolf gekümmert, dafür brauch ich einen Wizard. Also brauch ich so einen Wizard-Star. Ja, das wird, äh, lustig. Ja, also von daher, ich hab mich drum gekümmert, ich hab's mir angelesen und dann hab ich hier rausgefunden, okay, das klappt mal nicht. Ein Spaß für die ganze Familie. Ein Spaß für die ganze Familie. Ne, also letztes Mal, ja, allgemein wollte ich nochmal sagen, dass das halt prinzipiell ist schon mal eine coole Sache, dass man mit, äh, drüber nachdenkt, mit YouTube anzufangen, aber man muss halt auch am Ball bleiben. Ja, am Ball bleiben. Am Ball bleiben, das ist fast das Wichtigste. Am Ball bleiben und nicht mit der Ambition drangehen, dass man Geld damit verdient. Wobei das eigentlich auch keine schlechte Ambition ist. Na, doch. Dann machst du's nicht mit Leidenschaft. Du mach, das weißt du doch nicht. Nö. Finde ich. Also, die Leute, die heute groß sind, haben ja hauptsächlich, also, ich sag mal, 95% der Leute, die heute groß sind, haben angefangen, als es noch kein Geld für YouTube gab. Oh, oh, das ist jetzt ne, das ist ne These. Das ist keine These, das ist so. Das ist ne These. Also, ich hab ja auch angefangen an mit YouTube, als es noch kein Geld dafür gab. Ja, das ist ne These jetzt. Also, und wenn du dir die alle anguckst, das sind halt alles... Die Großen, ob die wirklich, ob viele, also, groß meine ich jetzt wirklich auch die, die neu groß sind, ne? Ja, gut, so Neueinsteiger, da weißt du's nie. Ähm. Aber ich würd jetzt eigentlich sagen, dass der groß, der größte Großteil der Großen... Der größte Großteil der Großen. Wirklich angefangen haben, als YouTube noch kein Geld gebracht hat. Ich finde, da machst du jetzt ganz schön große Abstände zwischen den ganzen Großen und den Größeren. Ja, find ich schon. Und denen, die immer groß waren. Ich mein, hier, wen nehmen wir denn da? Gronkh. Unger hatte ja auch angefangen, als es noch keine Kohle dafür gab. Äh. Dena auch, glaub ich. Jetzt, um mal die Minecrafter zu nennen. Äh. Viele kamen halt aus dem Boden. Aber da weißt du halt auch nicht, wie lange existierte der Kanal schon. Ja, wie lange existierte der Kanal schon? Ich kann ja auch einen Kanal zeigen von 2008. Ja. Mein ich ja. Aber, naja, man muss wie, ja, man muss halt mit Leidenschaft rangehen. Das ist schon richtig. Ja, ja, das ist das Wichtigste. Also ich denke durchaus, dass man auch mit der Einstellung reingehen kann, hm, vielleicht klappt es irgendwann mal damit Geld zu verdienen. Ja, man sollte nicht davon ausgehen. Richtig, man sollte nicht davon ausgehen. Man sollte nicht damit rangehen und so, ja, morgen verdiene ich damit Geld. Oder in einem Monat. Sondern man sollte einfach sagen, okay, wenn es kommt, dann kommt es und wenn nicht, dann kommt es halt nicht. Aber mir macht es Spaß. Na, das ist halt wirklich wichtig. Okay. So. Okay. GoBart nur angefangen, weil es Geld gab. Äh. Äh. Da müsste ich ja jetzt schon lange aufgehört haben. Ja, stimmt. Ich auch, nachdem mein, mein erstes YouTube gehalten Döner war oder so. Ja. Wir machen das jetzt anderthalb Jahre und haben noch nie einen Cent eingenommen. Ja. Aber verstehe ich auch nicht, dass ihr das nicht gemacht habt. Aber habt ihr denn mal ein Spiel bekommen? Ähm, ne, nur so Beta. Selbst wenn es so ein Indie-Spiel war. Ne, ich glaube selbst das nicht. Ja gut, aber ihr fragt auch nicht an, ihr traut euch noch nicht, ne? Ne, ich hatte einmal wegen Runbow angefragt. Da kam ja, nachdem er wusste, wie viele Abonnenten, ich habe gar nichts mehr. Wow. Na gut, dann kannst du die eigentlich auch, ja gut. Aber, ähm, ich bin halt früher, ja, ich hab halt früher, bin halt früher rangegangen mit der Einstellung, ich hab eh nichts zu verlieren, fragste einfach. Ja, das ist schon richtig. Und, irgendwann hat das ja sogar mit Nintendo geklappt und da hatte ich erst 2000 Abos. Du weißt du? Mhm. Ja, fing das halt so langsam an mit Nintendo, da hatte ich halt den Kontakt. Doof war halt dann irgendwann, dass sie die PR gewechselt haben. Da musste ich wieder von vorne anfangen. Obwohl ich mehr Abonnenten hatte als vorher. Äh, aber ja, jetzt geht's ja auch wieder. Hat aber lange gedauert. Man muss echt ehrgeizig sein bei den ganzen Scheißen, also so. Ohne weiteres kriegst du da echt nichts mehr. Weil halt zu viele YouTuber da sind auch. Genau das ist eben das Problem, was ich denke, dass es dadurch extrem schwer wird irgendwie noch an was ranzukommen. Jetzt auf unsere Abonnentenzahlen nicht allgemein, aber... Geht. Kommt drauf an, was du spielen willst. Aber wenn du Indie-Spiele spielst, dann bist du glücklich, dann kriegst du jedes Spiel eh gratis hinterhergeworfen im Grunde. Wow, Twitter sagt mir gerade Gratulation, du hast über 900 Follower. Nice. Herzlichen Glückwunsch. Wow, Gratulation. Wow. Das muss gefeiert werden. Wie geht's sein? Ich lieg im Bett. Bah! Ich hätte keine Lust auf Käse heute. Oh Mann ey. Ich baue den Kundran und den Goro grad was schönes. Endlich. Ähm, ne, gab's sonst Fragen von dir Kundran? War das der eine Kommentar der Schrift? Ne, das war dieser eine lange Kommentar, da war halt noch sehr viel Text drum rum, gerade mit den Aufnahmedingern, aber das war der eine lange Kommentar. Also ich dachte, der Rest des Textes war... Ihr seid total coole, ich liebe euch. Ja, das ist standardisch. Also das hat er zum Beispiel geschrieben, er würde uns zum Beispiel auch gucken, wenn wir jetzt von heute auf morgen aus irgendeinem Grund, warum auch immer, unsere ganzen Sachen verlieren würden und deswegen auf einmal nur noch schlechte Qualität bringen könnten, dann würde er uns trotzdem noch gucken. Das ist süß. Das ist irgendwie süß. Also ich fand so diesen Gedanken, alles zu verlieren, ein bisschen beängstigend, aber praktisch... Das war auf jeden Fall nett. Das stimmt allerdings. Alles zu verlieren kommt ja darauf an, wie du es verlierst und selbst dann, also wenn's nicht selbstverschuldet ist, dann kriegst du ja was wieder von der Versicherung. Als ein Hausbrand war, kriegst du's ja meistens alles genetzt. Ja. Ja. Also teilweise wünscht man sich fast ein Hausberat bei den ganzen Sachen. Mit dem neuen Rechnerkrieg. Mit dem neuen Rechnerkrieg. Er kriegt das alles neu. Oh nein. Hab ich jetzt nicht gesagt. Morgen früh steht da mit dem Feuerzeug daheim. Hey. Der war so gut, der Rechner. Der Rechner kostet 5000 Euro. Ja, den hatte ich hier stehen. Können Sie sich beweisen? Da liegt nur noch Asche. Die 5 Teiltens hatte ich in Serie. In ihrer YouTube-Liste steht, dass sie den und den Rechner hatten. Ach, die ist alt. Muss ich jetzt Twitter aufmachen, um zu gucken, ob da Fragen waren. Da waren Fragen? Ja klar. Ja, kommt doch mal runter. Ja. Da waren Fragen, Goro. Komm doch mal runter von deinem hungen Rohr. Da waren auch zwei Lehrerfragen, glaub ich. Ja. Allein wenn wir Minecraft Drifter aufnehmen, soll Kunran ein Gesprächsthema gefunden haben. Die Hausaufgaben hat er nicht gemacht. Obwohl doch, er hat ja den Kommentar mitgebracht. Richtig. Guck mal. Hier. Ja, danke. Drück E. Drück auf den Ring. Baubilds. Und pack den ganz oben rein. Jetzt hast du über deinen Herzen so Zeichen, ne? Äh, ne. Wo hast du den reingepackt? Ja, auf den Bobbles und dann ganz oben. Amulet of Runic Shield. Genau. Und jetzt... Achso, der lädt sich jetzt auf. Äh, hast du jetzt mittlerweile? Ne. Das müssen so gelbe Herzen sein, die da drüber kommen. Hier Kunran zieht du den Oma an. Kann auch sein, dass das... Oh, jetzt hat Goro den wieder. Hast du irgendwie einen krasseren Ring, Alter? Ey. Hast du irgendwie einen krasseren Ring, Alter? Jetzt hab ich, glaub ich. Ich kann am Texture Pack liegen, dass ich die nicht krieg. Kann sein, ja. Also, was? Baubilds. Und ganz oben in den Slut. Wo sollte jetzt was passieren? Über den Herzen sollte sich... Äh, so... Zeichen, die so schimmern. Aufbauen. Mh, ne. Das ist komisch. Was hattest du für ein Texture Pack? Ich hab's Fax. Ja, okay. Das hab ich auch. Kann auch sein, dass wir neu laden müssen. Kann auch sein, dass wir neu laden müssen. Jetzt komm ich. Hm. Muss nur da vielleicht... Ist das auch von hier? Warum hast du mich gehauen drüber? Um zu gucken, ob ich das seh, wenn ich dich hau... Ohhhh. Ich hab schon wieder die... Habt ihr die Taumcraft-Effekte denn auch jetzt? Keine Ahnung, wo sind welche? Was für Effekte? Was sind denn Effekte? Ja, ich... Bei mir wird's ständig schwarz drumherum. Oder unscharf. Oder ich... Auf einmal wird's bei mir gleißend hell. Das ist alles von Taumcraft, von der schwarzen Magie. Habt ihr die nicht? Das sind die Drogen, die du nimmst. Scheiße, dann hab nur ich die, ey. Dann hat's jetzt nichts gebracht, das Buch weiterzugeben. Scheiße. Das sind die Drogen, die du nimmst, Junge. Das sind die Drogen. Und äh... Ja, auch Fragen hier. Ihr bringt mich total aus dem Konzept hier. Wenn ihr ein Spiel selbst entwickelt werdet... Ah ja, genau. Die Frage wollte ich gerade raushauen. Was müsste es können? Boah. Wer? Level mit Blumen. Es müsste... Es müsste leveln können. Genau. Es müssten irgendwie so... Dass man was erreichen kann im Spiel. Also so von den Leveln her. Dass man sich halt verbessern kann, finde ich. So Rollenspiel-mäßig. Ich bin ja eh so ein Rollenspiel-Fan. Ja, bei mir auch auf jeden Fall. Äh... Ja, weiß nicht. Ich finde es geil, wenn das richtig abgefreakt ist. So ähm... Ich fand zum Beispiel Metal Gear Rising auch total geil. Ihr fand das eigentlich auch nicht schlecht. Und äh... Ich finde halt auch so... So Zukunftsszenarien finde ich immer relativ cool. Mit Robotern und Cyborgs und so. Das finde ich eigentlich immer relativ cool. Aber ich finde... Es ist ein Rollenspiel. Aber was genau? Und wie genau? Dann müsste ich mir das ja jetzt patentieren lassen, wenn ich das erzähle. Ich hab das schon patentiert. Mhm. Nee, aber sowas halt. Es müsste ein Level-System geben. Postapokalyptisch finde ich auch ganz cool. Open World muss nicht mal sein, wenn die Story gut ist. Open World ist ja auch so eine Sache. Ab wann ist Open World? Ja, Open World ist ja trotzdem nicht unendlich. Ich finde das einzige Open World-Spiel, was existiert, ist Minecraft. Weil du bei Minecraft immer... Weil du bei Minecraft immer weiterlaufen kannst und sich immer was Neues regeneriert. Bei ähm... GTA fährst du ewig in eine Richtung und irgendwann ist Ende. Auch da bist du ja begrenzt. So, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Das meine ich halt. Das ist eine schwierige Frage, ab wann Open World ist. So, ab wann sagt man... Open World ist mittlerweile so ein Begriff. Es ist einfach nur eine große Welt. Ja, aber ist es nicht... Du bist eine große Welt und du kannst überall hin? Also überall dahin, wo es ja planiert ist? Open World ist mittlerweile, glaube ich, so definiert, dass du einfach, äh... Freiraum hast und dich frei bewegen kannst, wie du willst. Dass du keine Storyline hast. Ich glaube, so wird Open World mittlerweile definiert. Also, dass du nicht gezwungen bist, der Story zu folgen. Also, ich würd's prinzipiell sagen wie Goro. Alles, was du siehst, kannst du erreichen. Ja, aber das ist ja auch meistens schon nicht mehr der Fall. Alles, was am Horizont, im Hintergrund, die Berge und so, die kannst du ja meistens nicht erreichen. Das sind ja auch nur Bilder, so weißt du? Ja, die zählen dann zu Hintergrund. Ja, du hast dann halt... Deswegen, Open World ist ein komplizierter Begriff, finde ich. Also, ich würd schon sagen, dass... Also, Hintergrund, wenn du irgendwo Berge hast, dann kommst du halt irgendwann an den Fuß des Berges und kannst den Berg nicht mehr unbedingt hochlaufen. Okay, das wär noch okay, aber du bist halt, ja... Und da ist es halt irgendwo ein Meer und dann kannst du halt da nicht durchschwimmen. Das find ich noch okay. Ich weiß gar nicht, womit das mit Open World damals anfing. Wo war das denn, ey? War das mit so Gothic und so? War das so Open World das Erste? Ich weiß nicht, hat dir das Vita... Das Vita von Peter, genau. Das Vita von Peter. Das, wo man über Gothic redet, ne? Nee, das hab ich noch nicht gesehen, genau. Du meinst das Vita von Peter? Das Wetter. Das Wetter von Peter. Nein. Kommen wir eigentlich Jät dafür das Video so oft erwähnen? Ja, du weißt ja nicht was denn, Peter. Nee, also da meinte er auch, dass das für ihn so die Begründung des Open World ist, weil du konntest halt wirklich überall hin, du hast halt außenrum Berge gehabt, klar. Aber selbst die konntest du zum Teil ja noch hochklettern, nur an manchen Stellen war es halt einfach so hoch, dass du da nicht weiter konntest. Ja. Und du konntest prinzipiell von Anfang an überall hin, nur irgendwelche Monster haben dir halt gesagt, wenn du hier weiter gehst, dann stirbst du aber. Mhm. Aber theoretisch hättest du da halt lang gehen können. Also die Art fand ich, also Gothic ist für mich auch immer noch eins der geilsten Spieler. Habe ich nie gespielt. Ich war nie Gothic-Fan. Ich auch nicht. Oho. Möchtest du jetzt nicht? Ich weiß nicht, Gothic, ich habe Skyrim gespielt. Skyrim geht ja auch ungefähr so in die Richtung, so von mittelalterlich und so, ne. Aber, ähm, Gothic habe ich nie gespielt. War nie so mein Fall, ich weiß nicht. Ja, da war, ich hatte aber auch relativ spät einen PC, muss ich dazu sagen. Ich bin, ich bin, ich bin einer der, 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 der Kinder der 90er, die mit der Konsole aufgewachsen sind. Ja gut, ich hatte auch immer Nintendo, so ist es nicht. Aber ich hatte halt, es gab im gesamten Chaos halt keinen PC, ne. Also wir hatten echt jahrelang keinen. Den ersten PC, den wir hatten, da war ich irgendwie schon 16 oder so, weißt du? 15, 16, also ich habe den richtig spät bekommen erst. Oder wir allgemein haben den richtig spät bekommen erst. Meinst du, was das für eine Offenbarung war? Und dann noch ohne Internet. Wir hatten kein Internet mit dem ersten Rechner. Soll ich auch. Da hat man sich doch gefreut, wenn man die Computerbild-Spiele-CD hatte. Mit, äh, mit Spielen drauf. War mal die, die Erlösung, ey. Hm. Siedler 3 war ja der Grund für unsere erste Flatrate vom Internet. Siedler, weil der Vater spielen wollte, oder was? Nee, weil ich irgendwann mal eine Rechnung von 130 DM erzeugt hatte. Und mein Vater dann gesagt hat, das ist ein bisschen viel so, aber dafür holen wir uns jetzt zum Flatrate. Was? Ach guck mal, hat es sich doch gelohnt, ey. Ja. Hat sich gelohnt. Der Vater hat gesagt, Flatrate oder gar kein Internet. Ist zu gefährlich. Ich kenn meine Pappen. Wir hatten das halt relativ früh. Ich glaub, ganz, äh, ganz zu dem Zeitpunkt, als es Internet bei uns gab, gab es noch keine Flatrate. Okay, nee, also mein Onkel war immer so krasser, oder meine beiden Onkel waren immer so krasse Internet-Dudes und so PC-Dudes. Die haben sowas von Anfang an mitgemacht. Aber mein Vater, ich weiß nicht, ich, 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 teilweise glaub mein Vater auch, dass ich im Krankenhaus irgendwie ausgetauscht wurde oder so. Weil, äh, ich bin echt so PC-technisch der fitteste in der Familie. Mit meinem Onkel halt. Mittlerweile glaub ich auch sogar fitter als mein Onkel. Ganz kurz zwischendurch, was, ich hab jetzt hier einfach mal, damit ich das einfach mal gemacht habe, diese, ich hab ja den Zauberstab mal hergestellt und hab jetzt auch mir die weiteren Rezepte gemacht. Jetzt hab ich die Zettel im Inventar, was bringt mir das? Äh, welche Zettel? Ja, Research Notes. Ja, komm, die musst du nicht mehr machen, ne? Ja, ich wollte mir das einfach angucken. Achso, komm mal zu mir. Ja. Aber erst gehen wir schlafen. Okay. Erst beenden wir die Folge. Was? Ist schon wieder soweit? Ja. Nee, erst schlafen in der Nachfolge-Ben. Okay, erst schlafen. Komm erst schlafen. Leute, lasst ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Schreibt da mal rein, was für Spiele. Auch wenn der Goro wieder Zeit hat sie. Was für Spiele? Ja, 18 Minuten, ey. Jetzt aber, hört's doch mal auf. Bei dir, mach ich zwei Mittwochs rein. Du gönnst den Kindern auch nix, ey. Es ist bald Weihnachten. Vielleicht mach ich drei rein. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.